Hey Leute und herzlich willkommen zum Rocket League Glücksrad Video Weiß ich nicht Wollen wir das nehmen? Ne nehmen wir nicht Hey Leute und herzlich willkommen zur legendären Glücksrad Challenge in Rocket League Ja absolut Ja das war natürlich die ersten Antwort Genau mein King ist dabei, mein Konkurrent heute Konkurrent? Ich zeig euch erstmal was wir heute Wir spielen nicht zusammen Na irgendwie doch schon, stimmt Aber weiß nicht Ja heute spielen wir zusammen Danach spielen wir noch gegeneinander Aber das wissen die ja noch nicht Ja stimmt So ich zeig euch erstmal kurz hier mein Glücksrad Genau das ist auch vorbereitet Weil ich auf dem Vollbild rausgegangen bin Ja ja Ist keine Ahnung Ja jetzt passt Genau ihr seht schon ich habe einmal Limettensaft, Zitronensaft, Ingwersaft Dann das alles nochmal Oh jetzt hab ich aus Versehen gespinned Und dann habe ich Zitrone und Limettensaft Und wenn mein King und ich jetzt zusammen spielen Wir bekommen ein Tor reingeschossen Also unsere Mitglieder schießen ein Tor bei uns Dann drücken wir beide einmal dieses Glücksrad hier Und mir fällt gerade auf, dass ich eine Kamera heute an habe Deswegen ich nicht einmal in die Kamera geguckt habe Aber egal Und in meinem Fall wäre es jetzt Zitronensaft Ne das ist noch Ingwersaft Das heißt ich habe hier einmal Ingwer Das ist Ingwer mit, also Ingwerkonzentrat Also das ist richtig ekelhaft Da sind noch Ingwerstückchen drin Also keine Ahnung was das ist Dann haben wir hier einmal Zitronensaft Leute Ihr seht das alles immer nicht in den Flaschen Ich habe irgendwie ein bisschen Angst Und wir haben items hier Oh nö Das ist schonmal ein guter Start Leute hier Aus unserer Perspektive Hey Beide Doch nicht Ich weiß nicht ob das Spiel etwas zu laut ist Was habe ich jetzt gemacht? Er gibt irgendwo Sinne Lol 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 Oh du hattest 1 Oh mein Gott nein Oh Alter Ich habe mir seit ein Zeit gelassen Weil ich dachte du bekommst nicht wieder Alter ich Pfff Das war gerade ich Das war gefährlich Der kommt an meine Nähe alter Nein ich habe die Spikes verkackt Ja Er hat Spikes Hilfe Ja Ja Nein also Jetzt hast du Spikes So ein Scherz man Alter Och Leute ich tabbe raus Hier Ich drehe das für euch Leute Bitte ich bekomme Wasser Das ist so geil Bleiben natürlich beide stehen Ja ne du spiel es weiter Okay Limette Wenn ich Pause brauche bleibt das stehen Das Spiel glaube ich Eigentlich mag ich Limette Aber Echt ein bisschen ekelhaft Okay Hast du eine Tropen? Ne ne Ja alter ich hab Ich hab einfach die Flasche geext Ihr seht jetzt hier mein Schott Sieht man das? Ich weiß es nicht Auf jeden Fall das hier ist mein Schott Aus meinem Minivierglas halt Äh Das ist Limetten diesmal Also Auf Euch Seht auch die Flasche Die Flasche Das ist der Spikes Alter Wir dürfen nicht nachtrinken ne? Ne Boah Das verzieht dir ja den ganzen Mund Okay Dann würde ich sagen 3 2 1 Go LoL LoL Oh Aua Ja 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 Was? Ja 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 Wie viel Glück muss man haben Alter Neuze Ich hab das gleich auf dem zweiten Monitor offen lassen Ich bin hier wieder beim Glücksrad Man kennt ihn Junge Ich spin es schonmal Ich Ich spül das Glas doch ganz kurz aus Ok Ne warte Die Flasche ist nicht so schlau Wasser bitte Was? Wegen so einem Millimeter Warte ich spül das Glas Ja gut jetzt macht es eh keinen Sinn mehr Egal Eben Wenn du es ausspielst dann trinkst du es ja auch wieder leer Aber das Wasser also Passt schon so Da wird alles reingeklippt in den Sernan Na weg Leute zweiter Shot auf Auf dich Auf mich Ok Ehren Ja Oh Ja Es ist geil Es ist geil Du bist ehrenlos gefahren Nein 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 Das ist ehrenlos Das gibt es nicht Ah Wasser Wasser Also Ich hab noch den Kommentar von Wolffi gelesen und versucht zu beantworten Weil es hat da irgendwie gesagt Als deine Freude bei dir war habe ich zuerst gefragt ob Wolffi bei dir ist und hat sie gesagt Ne wie wenn sie im Abend so irgendwie Zeit hätte Sie steht immer bei Also sie steht Also Ist das Glückshack kaputt sein der? Ne Leute Leute hier ist ein weiterer Ingwer Shot Äh ne Die Metal Shot Auf Wolffi Auf Wolffi Go Du darfst dich nicht immer schon ehren Ich weiß nicht beweg mich immer Nein Nein Das hätte Alter ich dachte schon Ich dachte schon das wäre mein Lebensretter gewesen Weißt du Ich hab Abarm Und du musst jetzt nicht noch einen Shot trinken Ansonsten ist dein Limettensaft leer Ja stimmt Ok dann muss ich jetzt keinen trinken Ok dann gehts weiter Du musst grad mal keinen trinken Du warst schon Du musstest schon vier Sachen trinken Stimmt Und schon vier Mal Ach guck Schon vier Mal Limettensaft Oh lol Das war das falsche Item Ich dachte ich hab ein anderes Item Aber okay Digga Alter du drehst dich immer noch so ne Ja 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 Nein Nein Oh mein Gott alter der Ball wäre trotzdem fast ins Tor gegangen alter Da Komm Komm Ball Nein Er hat Magnet Magnet Ja Nein Ich hab keine Ballkamera Oh nein Was Als ob Ach come on alter Och jetzt die Truppone man Man sieht jetzt zwar keinen wirklichen Unterschied aber Auf äh Wer gibt's noch so alter auf Manu Auf Manu Auf Manu Boah Zitrone ist fast schlimmer Wahrscheinlich hat er jetzt Spikes oder so Hm Oh mein Gott Oh was Was Das hat nicht mehr ausgereicht alter Du hast den Ernst So Sorry das passiert halt einfach wenn man so Saft trinkt Oh Leute Auf auf Ich trink auch viel Eins Go Ich bin Jubilä losgemacht Nein Ich hab Achso das ist dein Item Alter oh mein Gott Digga bin ich fast Du hast einen kaputten Motor ich hab deinen Motor sabotiert wie ein Hitman Nicht wie ein Oh Ja ne Was Ne egal Nein wieso Jedes du mich Was Oh mein Gott alter Nein Nein Oh nein Ich hab mich daneben geworfen Inwiefern dass man einen Ball wirft Mit nem Auto Oh lol Ich hab wieder weggekickt aber ich hab dich gepackt Guck jetzt hab ich die Pieper bei dir weggenommen Ingwer Saft Oh das ist schon voll geworden aber egal Auf Auf Orbis Crafter Genau Ich hab's Nein Nee Mist Ja Ja Och Mann alter Was mach ich hier In der Vorlage spielen Oh Schon wieder Okay Was hab ich jetzt gemacht Nein das war dumm Ja Junge Oh ne Alter Imagina wäre es zu geil Oh nein Im match der wäre reingegangen Ja Yeah Nein Oh Ah Ja Nein Oh mein Gott war das knapp Leute Willkommen zum Glücksrat Es ist schon wieder Limette Ich könnt kotzen alter Auf das Wetter Hallo Hallo Oh Oh Geil Oh alter Du hast dich gerade so gesavet ne Ich weiß dass ich mir auf meine Serien geschossen habe Geschiesel Oh Nein Das ist ein Hund Ist doch weg Ich hab natürlich auch noch das Item dafür Ja Mann ich will jedes Mal zum Wasser greifen aber ich kann halt nicht trinken Oh ich hab die Hälfte auch daneben hier klicken Egal Äh auf Simon Oh lol Wie behindert du geschossen hast Nein Was Nein Was Der hängt doch an mir dran Jo Was habt ihr viel Wichtig und richtig Boah dieser Drift alter Ich hab keinen Boost Alter 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 Junge der Ball fliegt aber bis zum Mond Oh ne Alter Jo Mit 2000 kmh alter Aber wirklich Das wir jetzt gucken mit wieviel der Geschwindig Alter 99 Wasser 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 Es ist der Ingmar geworden Es ist so knapp mit dem Wasser Richtig und richtig in meinen Augen Der schieb ja irgendwas ab alter Alter was Junge Ich merke der wäre reingegangen Der kommt dann wieder zurück Einfach outplay Ich hab's nicht Wo ist der Ball hin Hä Ich hab so gefreelswort und ich sehe aber nicht mehr Oh ja ich hab ne Idee Nee Was Nein Alter war das close Mein Gott Oh das war voll drum doch Ich spiel einfach genau vom Tor Nee du nicht Oh alter mich hat's gespinned Habe ich noch geschlossen Nein Ich hab nicht Nein Das ist wohl ein dummer Play Das ist wohl ein dummer Play Hehehe Junge jetzt ziehst du aber schon Deck Ok Was hattest du? Auf Wolfi das hatten wir auch zwar schon Aber ich hab noch nicht auf Wolfi getrunken Du hast schon auf Wolfi getrunken Deswegen krieg ich jetzt auch nochmal auf Wolfi mit Irgendwas Ich will endlich auf Lukas trinken Jetzt machen wir ein Tor Ok los geht's Ok let's gooo Lol Das war ein 500 ITU Move Oh alter Au Aua Oh ne ein Tornado Ach Junge das zerstört er mich Schade Als ob Als ob Nein ich will doch nicht Lukas grüßen Nein Beim grüßen alter Leute Ja Wasser Oh mein Gott Nein Ja Leute hier seht ihr Klares Schweizer Bergwasser alter Ja also Eigentlich doch Tatsächlich Ok Auf Lukas Boah aber das hat so einen ganz leichten Taste Von ähm Zitronensaft und so Das ist ganz schlimm Ok es geht los Du bist doch irgendwie durchgefahren Ja Es hat mich einfach irgendwie über dich gejated Weil ich so nen Boost hatte Ich Oh Oh alter hier Nein 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 Oh Das ist gar ne Kripp Nein nein Oh mein Gott wieso fahr ich auch Ja Nein Wieso bin ich auch weggefahren Hä was ist mit mir Ah shit Here we go again Was war das denn Was Mir ich hab nen übel dummen Move gemacht Hast du das nicht immer? Ja aber halt so ein Auf diesem anderen Niveau Oh oh Hä Die Spikes haben einfach nicht gegriffen Ne Ne Ich hab wieder Spikes alter Feuer Junge Okay warte mal Jetzt trink diesen Ah ne du hast ja was stimmt Ja wasser 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 Saved Och man alter Ja eben deswegen Da dachte ich ich bin Ender beim Oh 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 mein Gott was ist wichtig Ach du bist so sehr Ich war Oh mein Gott Oh mein Gott Nein 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 Ich hab ihn nicht mal angestuft Guck mal hier Ne ich bin Oh Irgendwann schon wieder Kannst du loslegen Okay Okay Oh Oh Du klebst an der Wand Hä Was Schon wieder Ingwersaft Junge Geil Alter Geil Ich fühl mich richtig gesund jetzt Leider Was so gesund ist jetzt in dieser Menge Ingwer ist gesund aber ich glaub nicht in dieser Menge Wieso ist der Ball einfach weg Oh Nö Nein Ja Ja du bist so Die Verwirrung ist verwirrt Die Verwirrung Oh Nö Nein wieso Wieso kommt bei mir das Internet so Wo Hilfe Nein Oh oh Ich hör nichts mehr Ich hör nichts mehr Mein Hatter hat Keine Ahnung Er war ausgestattet Er war ausgestattet Ne das ist das falsche Kabel Das ist auch Nein Oh mein Gott Aber ich mach ein Tor Nein Boah ich hab aber Red zerstört Ich lass es auch mal Oh nein Das war dumm Das war so dumm Oh der ist noch Ja Nein Oh mein Das war aber noch dümmer So nun dümmer am dümmsten Na ja Los alter Ja Oh lol Ich würd sagen Das war's mit der ersten Folge Warte ich muss doch meinen letzten Shot trinken Achso Bestimmt Ach schon wieder die Metze Och man ey Ok Leute mein letzter Shot für diese Folge Ich grüße nicht Ich grüße nicht Ich trinke auf meinen Mod Spooky Boy Du weißt was abgeht Ja Ach so Alles fertig Tschüss Tschüss Wusstest du denn auch nicht Es geht gut besser ich Gut besser ich Es geht gut besser ich Es geht gut besser ich